Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Q&A für euch. Ich habe es ja in meinem letzten Video schon angekündigt. Falls ihr das nicht gesehen habt, ich werde es euch hier oben mal verlinken. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Worum ging es da? Ich habe da ja so ein kleines bisschen darüber geredet, dass ich mir ja einen Monat Pause genommen habe hier auf YouTube und mich jetzt quasi schlussendlich dazu entschieden habe, weiterzumachen. Genau, mehr habe ich da jetzt eigentlich auch nicht unbedingt zu dem Thema verloren, sondern ich habe gesagt, dass ich das in diesem Video hier erzählen werde. Es wird jetzt ein bisschen auf sich warten lassen. Ich habe eigentlich überlegt, dass ich das Video letzte Woche schon hochlade, aber es hat zeitlich halt einfach irgendwie absolut gar nicht reingepasst, weil wenn man sich so einen Monat lang absolut gar nicht auf Video drehen oder so konzentriert, dann verschwindet es einfach irgendwann so im Hinterkopf und deswegen habe ich es einfach so ein bisschen aus den Augen verloren, aber habe mir jetzt heute extra die Zeit dafür genommen und möchte das Video hier drehen für euch. Ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß bei dem Video und wir fangen sofort an. Also, ich habe euch ja gesagt, dass ich in dem Video hier einfach mal so eure aktuellsten Fragen beantworte beziehungsweise einfach euch mal so auf den neuesten Stand bringe, was jetzt so letzten Monat bei uns passiert ist. Das Größte habe ich euch ja im letzten Video schon erzählt. In diesem Video hier wollte ich euch einfach zu gefühlt jedem anderen Thema so noch ein kleines Update geben. Und zwar war die allererste Frage von, ja, ich würde schon fast sagen, der Mehrheit von euch, wie es aktuell mit dem Abnehmen aussieht, wo mein Gewicht liegt, wie es mir geht, ob ich mich wohlfühle etc. pp. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an mit dem Thema. Aktuell, Gott, muss ich sogar selber nachgucken, denn das merke ich mir nicht immer so gut, weil das sind Zahlen und das ist nicht immer so in meinem Kopf verankert. Ja, aktuell bin ich bei einem Gewicht von 125,9 Kilo. Also sind es jetzt mittlerweile minus 39,1. Also habe ich jetzt fast die 40-Kilo-Marke erreicht. Es fehlt also wirklich nicht mehr viel. Das macht mich so unfassbar happy einfach, weil am Anfang hätte ich das jetzt so gar nicht gedacht, dass es doch wirklich dann auf Dauer funktioniert. Ich habe ja auch in den ersten Abnehmen-Updates immer gesagt, dass es mir teilweise nicht so gut ging und ich glaube einfach, dass ich, ja, die OP auch irgendwo erstmal verarbeiten musste und erstmal ankommen musste, was das alles angeht und ich auch absolut, ja, keine Ahnung hatte, wie es weitergeht, also wie es so mit der Ernährung weitergeht und ich auch absolut keine Ahnung hatte, wie ich jetzt weitermachen möchte beziehungsweise wie es mir halt gut tut. Gott, das ist irgendwie mega schwer, das zu erklären, aber wenn man halt jahrelang so einen bestimmten Essrhythmus hatte oder eine bestimmte Menge von irgendwas gegessen hat, dann ist es halt nicht so easy, mal eben komplett umzudenken und ich meine, klar, man wird vor der OP darauf vorbereitet, so wie es eventuell wird nach der OP. Ich persönlich muss wirklich sagen, dass man das absolut gar nicht vergleichen kann. Klar, man hat halt diese Eiweißphase und das kann man halt wirklich null mit der OP selber vergleichen. Also mein komplettes Essverhalten, meine Essmengen und alles andere hat sich komplett geändert. Damit geht es mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich bin jetzt bald, am 27.11. diesen Monat, sechs Monate Post-OP. Also die Zeit verging wirklich unfassbar schnell. Wenn wir mal überlegen, dass das jetzt einfach ein halbes Jahr her ist einfach, das ist einfach richtig crazy. Ich möchte mich darauf nicht ausruhen, aber viele unterstellen mir immer, dass ich mich falsch ernähre, dass ich deswegen ja so wenig abnehme und andere einfach viel mehr abgenommen haben und keine Ahnung, irgendwie sowas. Und deswegen möchte ich einfach immer noch mal einfach zur Sicherheit dazu sagen, dass ich halt einfach ein bisschen, ja, eine erschwertere Abnahme habe. Woran liegt das? Durch mein Lipödem. Ich habe Lipödem-Stadium 3, also das ist die höchste Lipödem-Stufe, die es quasi gibt. Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung und dadurch ist Abnehmen leider nicht so easy, denn das ist alles auch krankhaftes Fett und man hat starke Wassereinlagerungen etc. Lest euch am besten diesbezüglich selber mal ein bisschen durch. Im Internet steht das alles mal ein bisschen besser erklärt, als ich es jemals wiedergeben könnte. Dadurch ist eine Abnahme mit Lipödem halt nicht so easy. Darauf hat meine Ärzte mich aber schon vorbereitet. Meine Ernährungsberatung hat mich darauf schon vorbereitet und haben gesagt, Frau Scholz, ihnen muss aber bewusst sein, dass sie nicht mit so krassen Abnahmen rechnen können, wie andere Leute ohne Lipödem. Und das war mir in dem Augenblick auch total egal. Mir war einfach nur wichtig, dass ich überhaupt abnehme und mir war jetzt egal im Endeffekt, wie schnell ich abnehme. Und wenn wir jetzt einfach mal diese 39,1 Kilo nehmen, geteilt durch 6, sind wir bei ungefähr 6,5 Kilo jeden Monat. Ich persönlich finde, 6,5 Kilo in einem Monat ist vollkommen legitim. Wenn wir das jetzt mal geteilt durch 4 nehmen, sind das 1,6 Kilo die Woche. Bei einer normalen Abnahme wird ja glaube ich sogar gesagt, man soll nicht mehr als 500 Gramm die Woche abnehmen. Korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, dass es so war. Deswegen bin ich ja sowieso schon logischerweise drüber. Bin daher total happy. Natürlich weiß ich, dass andere Leute mit einer Magenverkleinerung mehr abnehmen in der gleichen Zeit, aber die haben dann eventuell auch kein Lipödem oder bei denen ist einfach der Stoffwechsel anders. Den muss man natürlich auch mit berechnen. Und deswegen will ich mich diesbezüglich auch gar nicht rechtfertigen und ich möchte mich auch nicht zu meiner Essensweise rechtfertigen oder was ich trinke etc. Denn im Endeffekt geht es darum, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass meine Werte gut sind, dass meine Ärztin zufrieden ist, dass ich all das zu mir nehme, was ich brauche und natürlich, dass ich abnehme. Ich habe mittlerweile eine ausgewogene Ernährung. Ich esse viel Salat. Ich esse ja absolut gar nicht mehr so viel Süßigkeiten und den ganzen Shit wie vorher. Zum Beispiel Fast Food ist auch weniger geworden. Und ich denke mir einfach, wenn das passt, also wenn dieses Verhältnis passt, wenn die Balance stimmt, dann ist es komplett egal, wie ich mich ernähre. Ich bin halt einfach ganz ehrlich, meine Ernährung ist nicht 100% Gemüse und Obst und komplett gesund, sondern meine Ernährung ist einfach komplett normal. Wenn ich heute, keine Ahnung, zum Frühstück, weiß ich nicht, machen wir Pancakes oder so, warum auch immer, obwohl ich die eigentlich seit der OP so gut wie gar nicht mehr gegessen habe. Ich glaube einmal. Aber sollten wir zum Frühstück zum Beispiel Pancakes machen, dann gibt es dann mittags einen Salat oder so. Dass das halt einfach sehr ausgewogen ist und damit komme ich sehr, sehr gut klar. Ich glaube, ich komme auch voll vom Thema ab und mir überhaupt nicht über das einfach gerade Bock zu reden. Deswegen mache ich das einfach. Genau, aber es zählt ja auch zu der Frage, wie es mir aktuell geht. Und ich muss wirklich sagen, mir geht es aktuell wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich wiege mich super unregelmäßig. Also ich wiege mich mal alle drei Wochen, dann mal alle zwei Tage, dann mal alle vier Wochen. Also es ist wirklich super unterschiedlich, so wie ich da gerade Bock drauf habe, so wie ich da gerade dran denke. Ich mache mir da auch null Druck. Also wenn was runter ist, ist was runter. Wenn nichts runter ist, dann ist es genauso okay. Weil eine Wassereinlagerung, jeden Tag kann man bis zu drei Kilo Gewichtsunterschied haben, wegen einer Periode, Wassereinlagerung etc. Deswegen mache ich mir da keine Gedanken mehr. Ich weiß, dass ich abnehme. Mein Körper ist mittlerweile auf Abnehmmodus eingestellt. Ich glaube, nach fast 40 Kilo Abnahme rafft er, dass ich abnehme. Mir geht es aktuell sehr gut. Ich bin super happy. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, wie es mir in meiner YouTube-Pause ging, ob ich es vermisst habe und wie es jetzt weitergeht. Natürlich habe ich es vermisst, sonst würde ich jetzt nicht weitermachen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Entscheidung kam richtig spontan. Also wirklich sehr spontan. Ich dachte mir, ganz ehrlich, ich habe jetzt so lange YouTube gemacht und habe aber auch immer versucht, irgendwie ansatzweise so viel Content zu bringen, dass mein Algorithmus mitspielt. Und das ist mir mittlerweile egal. Also ich gehe jetzt so vor, dass ich einfach ein Video hochlade, wenn ich da jetzt Bock drauf habe. Also YouTube soll nicht mehr meine höchste Priorität sein. Das hört sich doof an. Aber mittlerweile ist YouTube einfach nicht mehr meine Haupteinnahmequelle, sondern, wie ihr wisst, mache ich auch noch Sensi nebenbei. Mein Instagram-Profil dazu ist übrigens unten in der Infobox verlinkt. Ich mache noch Instagram und, ja, wie gesagt, dann noch YouTube. Das ist halt einfach so ein kleines bisschen mehr, als es vorher war. Und deswegen mache ich mir bei YouTube halt einfach nicht mehr so einen Stress. Aber ich habe es auf jeden Fall vermisst. Und deswegen werde ich jetzt auch weitermachen. Aber wie gesagt, ich lade einfach dann hoch, wann ich da Bock drauf habe. Wenn ein Video online ist, dann werdet ihr das sehen. Ihr könnt natürlich auch gerne mal die Glocke unten aktivieren. Und dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein Video online ist. Oder ihr folgt mir einfach auf Instagram. Denn da bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn ich ein Video drehe, wenn ich ein Video schneide, hochlade, wann es online kommt, was auch immer. Genau, da seid ihr eigentlich immer auf dem aktuellsten Stand. Videothemen, ja, das ist immer so eine Sache. Also mein Kanal bestand ja eigentlich so aus dem Thema Abnehmen und Fashion so ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob ich das beibehalten möchte oder ob ich das ändern möchte. Also beibehalten eventuell ja. Ja, aber wahrscheinlich nicht beibehalten regelmäßig jede Woche von dem und dem Content ein Video. Sondern vielleicht nur einmal im Monat ein Video zum Thema Fashion. Oder nur alle zwei Monate ein Video zum Thema Fashion. Oder dazu, oder dazu. Und ich möchte mir auch keine Gedanken mehr machen, so lohnt sich das jetzt, das hochzuladen oder lohnt es sich nicht. Ganz ehrlich, wenn sich jemand das Video angucken möchte, dann schaut es sich an. Wenn er es sich nicht angucken möchte, dann ist das genauso okay. Deswegen werde ich jetzt einfach nur noch das hochladen, worauf ich Bock habe. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, dass ich mehr so in Richtung Cleaning gehen möchte. So ein bisschen, wie gesagt, putzen, dekorieren etc. Denn ich liebe solche Videos einfach selber zu schauen. Möchte davon einfach selber so ein kleines bisschen mehr hochladen. Wer es gucken möchte, wie gesagt, der ist natürlich herzlich willkommen. Und für den das nichts ist, der kann sich dann natürlich gerne die anderen Videos anschauen. Ich weiß allerdings noch nicht, wo mich das hier alles hinführt. Also zu 99% werden auf jeden Fall keine Vlogs mehr online kommen. Einfach, weil ich mich mit diesem Vlogging nicht mehr auseinandersetzen kann. Also ich identifiziere mich damit einfach nicht mehr. Und ich nehme euch dann lieber bei Instagram mit und gestalte meine Videos dann aber lieber in diesem Vlog-Style. Zum Beispiel ein What I Eat In A Day oder so würde ich dann so Vlog-mäßig machen. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Cleaning-Video mal so Vlog-mäßig aufnehmen, schneiden etc. Also das würde ich dann schon eher machen, aber keine reinen Vlogs mehr. Genau, ich möchte mein Privatleben hier auf YouTube einfach ein bisschen raushalten. Gut, das letzte Video hat super geklappt, Vanessa. Aber einfach so, ja, so Privatleben, keine Ahnung, was einfach unseren Alltag angeht. Das möchte ich hier auf YouTube einfach mittlerweile ein bisschen raushalten. Das zeige ich euch dafür dann lieber auf Instagram. Genau, damit fühle ich mich einfach wohler mit der Entscheidung. Also ich würde einfach sagen, so die Zukunft zeigt, was das hier so, wie das hier so wird. Ich würde mich natürlich über jeden freuen, der hier bleibt oder der natürlich neu dazukommt. Wenn ich mal ein Action-Hall hochlade, dann lade ich ein Action-Hall hoch oder mal ein DM-Hall etc. Also ich mache mir da keinen großen Druck mehr. Einfach so, wie ich gerade Zeit habe, wie ich gerade Lust habe. Ja, und ich würde sagen, jetzt kommen wir langsam mal so zum Ende. Aber ein bestimmtes Thema noch und zwar, ja, wie es mir halt aktuell geht. Wie es bei mir aktuell aussieht halt mit Schwangerwerden, mit Verhütung etc. Ja, also ich würde sagen, so im Großen und Ganzen geht es mir relativ okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir supi geht. Es ist okay. Ich weiß nicht, was man auch so großartig zu sagen soll. Also wer es nicht mitbekommen hat, ich hatte in der siebten Schwangerschaftswoche leider einen Abgang. Glücklicherweise ist das alles gut gelaufen und ich musste nicht ausgeschafft werden etc. Sondern das ist alles komplett von alleine abgegangen. Ja, wir hatten seit Anfang 2017 jetzt einen Kinderwunsch und es hat bei uns nie funktioniert. Und jetzt durch die OP habe ich ja wie gesagt fast 40 Kilo abgenommen. Und mittlerweile ist mein Körper wahrscheinlich bereit dazu gewesen, schwanger zu werden. Wie viele von euch wissen, habe ich auch PCO. Nicht krass ausgeprägt, aber es ist auf jeden Fall da. Jetzt hatte ich heute nochmal einen Termin bei meiner Frauenärztin, einfach nochmal zur Kontrolle. Und sie hat auch nochmal bestätigt, dass alles ohne Probleme abgegangen ist. Also es ist nichts Schlimmes irgendwie noch übrig. Mein HCG-Wert ist mittlerweile auch unter 5, also eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Also wer PCO nicht kennt, hauptsächlich geht es zum Beispiel darum, dass sich an den Eierstöcken sehr, sehr viele Bläschen oder Zysten oder so bilden. Und das ist halt eigentlich nicht gut. Ich kann euch mal hier einen Unterschied einblenden zwischen einem PCO-belasteten Eierstock und einem normalen Eierstock. Mein rechter Eierstock hat sie heute nochmal nachgeguckt. Der sieht allerdings nicht so schön aus. Also da sind mehrere Bläschen dran, aber es sieht jetzt nicht dramatisch aus. Aber es sieht halt nicht normal aus. Man sieht halt, dass er PCO-belastet ist. Mein linker Eierstock hingegen sieht sehr gut aus. Da sind wirklich nur ein paar Bläschen. Also da ist gefühlsmäßig fast gar nichts. Meine Schleimhaut baut sich aktuell wieder auf. Sie meinte, dass es so aussieht, dass man vielleicht in 2-3 Wochen sagen könnte, dass ich einen Einsprung kriege durch die Fehlgeburt ist das jetzt halt alles nochmal komplett nach hinten verschoben. Ich weiß, dass ich erst zu dem Zeitpunkt 5 Monate Post-OP war. Wir haben es auch nicht darauf angelegt, schwanger zu werden, um das nochmal zu sagen. Sondern es ist passiert. Ich habe immer gesagt, wenn das passieren sollte, auch in der Zeit, dann hat das meiner Meinung nach einen Grund. Es sollte nicht bleiben, leider. Wir versuchen jetzt auch aktiv, also wir versuchen auch jetzt weiterhin nicht aktiv schwanger zu werden. Das war das, was ich sagen wollte. Wir verhüten ganz normal mit Kondom. Ich nehme keine Pille, etc. Ich möchte auch keine Spirale oder sonstiges. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, was da genau jetzt richtig funktioniert durch meine OP und was nicht funktioniert, etc. Und deswegen, ich möchte sowas alles auch gar nicht zu mir nehmen. Dadurch, dass ich aber ja, wie gesagt, PCO habe, ist es nicht so einfach für mich, schwanger zu werden, leider. Wir hoffen es aber einfach mal, dass es nochmal auf natürlichem Wege klappt. Dass es dann auch bitte, bitte bleibt. Wir würden uns natürlich unfassbar darüber freuen, wenn wir bald ein Regenbogenbaby bekommen werden. Wenn unser kleiner Dino eine Schwester oder einen Bruder bekommt. Life goes on. Wir warten einfach. Irgendwann wird es funktionieren. Dann haben wir hier einen kleinen Bauchbewohner. Genau. Also, das war jetzt mein Q&A hier. Ist ein bisschen länger geworden. War so ein kleines Update. Ich quatsche einfach mal drauflos-Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Lasst mir einfach wie immer sehr gerne euer Feedback unten in den Kommentaren. Da würde ich mich sehr, sehr doll drüber freuen. Ihr könnt mir auch sehr gerne mal ein paar Video-Wünsche unten in die Kommentare schreiben. Einfach, was ihr so jetzt in der Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit oder auch im nächsten Jahr oder so gerne sehen möchtet. Was euch für Themen interessieren. Was euch für Videos im Gesamten interessieren. Deswegen lasst mir das einfach sehr, sehr gerne mal unten da. Da würde ich mich wie immer sehr, sehr, sehr doll drüber freuen. Genau. Und sonst würde ich einfach sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann einfach ganz bald im nächsten Video wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.